Blomberg TV Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blomberg TV. Das sind unsere Themen. Kartoffelfest gut besucht, Phoenix Kontakt mit neuem Chef und Schustergesellen an neuem Standort. Auf dem Blomberger Marktplatz stand zwei Tage wieder alles ganz im Zeichen der Kartoffel. Bei schönstem Herbstwetter ließen sich die vielen Besucher an verschiedenen Buden zahlreiche Erdäpfel-Variationen mit Grünkohl, Fisch oder Fleisch sowie Kaffee und Kuchen schmecken. Für musikalische Unterhaltung sorgte unter anderem eine Gruppe aus der Blomberger Partnerstadt Papendrecht. Organisator Elmar Meilenbrock war zufrieden mit der Resonanz und meinte, dass es angesichts vollbesetzter Plätze doch gar nicht hätte besser laufen können. Frank Stüringberg wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von Phoenix Kontakt. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler tritt das Amt am 1. Januar 2015 an. Zudem behält er seine Zuständigkeit für den Geschäftsbereich Vertrieb. Stüringberg übernimmt die Aufgabe, die bisher Klaus Eisert innehatte, der künftig einen Beirat aufbauen möchte. Die Skulptur Dreier Schustergesellen befindet sich nun vor der Stadtbücherei. Die stammt vom Detmolder Metallbildhauer Hans Jene und befand sich zuvor am ehemaligen Postgebäude an der Rosenstraße. Die Idee zur Umsetzung hatten die Stadtführer und der Heimatverein, der zusammen mit der Stadtbücherei ab dem 23. November eine historische Schusterwerkstatt ausrichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017